Hallo, mein Name ist Richard Ringer. Ich bin 34 Jahre alt und amtierender Marathon-Europameister. Ich habe sehr viel Erfahrung beim Laufen gesammelt, ob im Crosslauf, auf der Bahn oder wie jetzt auch auf der Straße. Ich liebe das Laufen, vor allem hier in der Region am Bodensee. Ich laufe sehr gerne im Wald, an Feldern und Flüssen entlang oder direkt am See, um vom Alltag abschalten zu können. Verletzungsprävention ist für mich ein wichtiger Bestandteil, um in meiner Karriere erfolgreich zu sein, aber auch um das Laufen schmerzfrei genießen zu können. Auf XXHealth bin ich über die sozialen Medien aufmerksam geworden und möchte auch, dass ihr von den Tipps der App profitiert. Ich werde euch jetzt einen Einblick geben über die wichtigen Übungen, damit ihr präventiv Neuververletzungen vorbeugt und gesund durch eure Vorbereitung kommt. Habt Spaß! Hey Steve! Hey Steve!